So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Tomb Raider. Okay, mit Action geht's los. Da sind schon. Geh weg. Haha, à la Rambo. Jetzt hat's das erste Mal, glaube ich, funktioniert, dass ich so ungestimmt war. Ansonsten habe ich eigentlich immer mitten in die Fresse gekriegt. So, was haben wir hier? Den können wir noch looten, okay? Okay, und wir müssen irgendwie da rüber auf die andere Seite. Da gibt's noch Moni. Her damit. Und hier geht's rauf. Nein. Hier vielleicht? Nein. Ähm. Okay. Ah, hier. Gott, das bin ich gar nicht gesehen. Hey. Doch nicht? Das ist zu weit weg. Meine Güte. Kann ich da rauf springen? Da kann ich bei der Vorder, wirklich. Mach die Augen auf, Herr Zwähler. Mach die Augen auf, bitte. Ach Gott. Der Weg war schon richtig, aber falsch angesetzt. Um Gott, deswegen. So, rauf da. Okay. Wir müssen irgendwie da auf die andere Seite. Ich nehme mal an. Ich nehme mal an. Da rauf. Und wir gehen weiter. Und da rauf. Perfekt. Okay. Was ist das? Ich habe irgendwas gehört. Kann sein, dass ich mir auch das nur einbilde. Okay. Okay. Ah, da. Schaut's. Ja. Ich nehme mal an, dass es geht. Hup! Pada-pap! Sehr gut. Ergungsgut. Nehmen wir uns immer gerne mit. Da ist die nächste Artillerie. Okay. Aber hat jemand die Tage geschrieben? Gezählt? Weiter geht's hier. Nicht hier durch. Okay. Moment. Ich schau noch mal ganz kurz. Alles durch hier. Ich glaube, das passt eh. Also zumindest habe ich nichts gesehen, was aufgeblinkt wäre. Bei dem Überlebungsinstinkt. Okay. Dann können wir da runter oder müssen wir da rauf? Also das ist jetzt... Okay. Ich springe mal rüber. Hup! Pada-pap! Nein. Also rauf gehen. Auf keinen Fall. Weiter runter. Okay. Haben wir geschafft. Ganz ruhig. Da ist mal was. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Da fühle ich mich unsicher. Das ist schon besser. Okay. Kann ich da nicht rüber? Oh ja, kann ich auch. Okay, was? Vielleicht ist da oben irgendwas. Vielleicht ist da oben irgendwas. Ähm, Fackel. Da ist was. Okay. Das heißt, wir können da durchgehen nach rechts und dann ist da wieder was. Okay, okay, okay. Oder auch nicht. Alter, vorder. Aber was geht denn ab? Ja, aber da möchte ich jetzt nicht unbedingt. Noch mal zurück, bitte. Wie komme ich denn dorthin? Ah, okay. Aber wozu ist dann das da? Okay, da blinkt nix. Da kann ich rauf gehen. Aber das ist im Wasser natürlich. Okay. Das ist vielleicht wieder für den Rückweg irgendwas. Nein, jetzt kann ich da nicht rüber. Jetzt muss ich wieder rund um a dumm gehen. Ja, tut mir leid. Aber, ne. Wer es nicht weiß. Der schaut halt nach. Da waren wir schon richtig. Hier durch. Ja, okay, gut. Anscheinend runter. Okay, zurückgehen können wir auch, falls es falsch ist. Okay, da ist einer. Ganz ruhig. Da können wir reingehen. Hängen lauter Leichen. Das ist unglaublich. Topfschuss. Okay, ganz ruhig. Topfschuss. Ganz ruhig. Und da können wir uns... Da können wir rasten auch noch. Unglaublich. So, wieder ein Buch. Kurz nach der Entdeckung des Grafs kamen die Oni. Zuerst gingen die Lichter aus. Und dann begannen die Schreie. Waren es unsere oder ihre? Der schreckliche Ton tobt immer noch in meinem Kopf. Sie trugen die Rüstung meiner Vorfahren. Und sie töteten uns mit uralten Klingen. Schüsse, Schreie, Blut. Wir konnten... Wir konnten sie nicht aufhalten. Alles stürzte ins Chaos. Dann herrschte Stille. Sie waren fort. Oh Gott, bei uns sind sie gegangen. Warum haben sie uns nicht alle getötet? Hauptmann Osaka hat jetzt das Kommando. Wir verlassen die Basis, aber nicht die Insel. Wir gehen ins Landesinnere, zum Kloster. Es gibt keine andere Lösung. Wir müssen den Oni folgen. Wir alle. Wenn wir den Stern nicht kontrollieren können, müssen wir ihn zerstören. Okay. Okay, okay, okay. Ganz ruhig. Den looten wir noch. Jetzt können wir uns da hinsetzen einmal. So, schauen wir mal. 271. Sportbogen. Okay. Sie ist wieder bei uns. In Sicherheit. So, hier haben wir die geflochtene Sehne gekauft. Die mir den Schaden erhöht hier. Okay, das passt schon. Okay. Von... Okay, da fahren müssen wir einfach. Das ist mir nicht so unsicher. Mit dem Boden. Nein. Das muss da nur gründig sein. Können wir die anzünden? Probieren wir gleich mal. Ich schieße auf ihn. Und da unten hat es Brand. Warum auch immer. Okay, Moment. Woll. Nachgeladen. Und jetzt geht es weiter. Komm, komm. Mädchen. Meine Zuschauer wollen was sehen. Oh, das schaut nicht gut aus. Nein, das schaut überhaupt nicht gut aus. Da hinten war der Speicherpunkt. Also, wenn ich das aufmache, dann passiert irgendwas. Schätze ich einmal. Oder auch nicht. Okay, was ist das jetzt? Das können wir auch machen? Nein, doch nicht. Da können wir drauf drücken. Na, dann drücken wir mal drauf. Warum geht dann die Kamera dorthin, dass ich das anvisieren soll? Okay, machen wir mal kurz. Ah, okay. Okay, okay. Auf das, oder was? Wow, wow. Geben wir halt auch weg. Okay. Nein, 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 nein. Das hat nichts mit dem zu tun. Ja, wir müssen den Aufzug irgendwie freikriegen. Okay. Also, ich kann nur hier entlang. Dann gehen wir mal da entlang. Ich muss irgendwie da durchkommen. Okay, wir müssen da durch. Okay. Weiter fordern. Ähm. Warte jetzt mal. Darauf. Ah, wir müssen das so aufknacken. Okay. Dann machen wir das. Zack, 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 zack. Ah. Okay. Ich bin auf der richtigen Spur. Ich muss den Aufzug nur mit ihr zu. Okay, er muss weiter runterfahren können. Dafür muss ich das andere auch noch aufknacken. Nehmen wir stark an. Ähm. Das ist die Frage. Ah, okay, gut. Wir können auch so rauf gehen. Okay. Okay. Wartet, wartet. Ich muss gut schauen. Ich muss ganz gut schauen. Da geht's rein. Okay. Okay. So. Da geht's weiter rauf. Okay. Aha, okay. So, und jetzt sind wir wieder da. Unglaublich, wirklich. Ich pack mein Leben nicht. Okay. Na, dann gehen wir mal rauf. Vielleicht müssen wir... Ich habe ja keine Ahnung. Zwei. Okay. Hm. Wo soll ich den looten? Nein. Nein. Nein, okay. Okay, jetzt kommt er wieder rauf. Okay. Da geht's dann noch weiter rauf. Okay. Huch. Stop. Passt schon. Da können wir rauf gehen. Aha. Okay, wir müssen das... Okay, ich verstehe. Wir müssen das, ähm... Einfach nur da rauf bringen, irgendwie. Da wäre dann das... Okay, okay, okay. Ich verstehe. Das heißt, wir gehen jetzt... ...einfach da rauf. Wie viele haben wir jetzt schon gelockert? So, da rauf rücken. Das ist auch der letzte Stock, okay. Eins, zwei... Ich glaube, drei haben wir jetzt schon gelockert. Und jetzt werden wir beim letzten. Zack, zack. Okay. Zwei erledigt. Noch zwei. Okay, warte jetzt mal. Da muss ich noch einen Stockwerk rauf gehen. Es ist ein bisschen kompliziert hier. Das war hier. Glaube ich, oder? Nein, das war hier. So ein Blödsinn. Das war hier. Da rauf. Und da noch rechts. Da, genau, ja. So, das sollte eigentlich... ... das letzte gewesen sein. Okay. Einen noch, dann kann ich den Aufzug bewegen. Ach so, eins noch. Okay. Das ist die Frage, wo das letzte ist. Ah, scheiße. Na, Gott sagen, haltet sie sich fest. Komm. Also, hier geht's auf jeden Fall nicht. Das heißt, wir müssen ihn in eine Etage runtersetzen. Das ist wirklich eine Frage. Meine Güte, wirklich. Wirklich. Vielleicht noch eins runter. Boah, Alter, wirklich. Na, dann wäre es ja ganz unten wieder. Schau mal drauf, bitte. Wir brauchen... Welches ist denn das noch? Das haben wir, das haben wir. Das haben wir. Das haben wir nicht. Also, es muss irgendwo auf dieser Seite sein. Oh, es muss irgendwie auf dieser Seite sein. Da drüben. Da drüben ist es. Da war ich noch nicht. Lass dich fallen, danke. Da kann ich nirgends wo hinschwingen. Also, es ist auf jeden Fall, glaube ich, eine Etage weiter oben. Und... Ich muss mir den Weg freischießen. Ah. Okay. Ich muss mir den Weg freischießen. Okay. Na, Wahnsinn. Den Part nennen wir gleich einmal... Wie heißt es? Rätsel Part oder irgend sowas. Das kann ich eigentlich nur einfach unterstehen. Okay. Oh ja, fahrt auf. Das muss ich richtig draufkommen. Unglaublich. Na, Gott sei Dank habe ich das gesehen. Aber wir haben es gesehen. Das passt schon. So, und jetzt sollte es eigentlich... Da sein. Jawohl. Okay, passt. No, Perfetto. Ich glaube, das hat funktioniert. Kommt da jetzt irgendwer nach, oder? Bitte nicht. Okay, wir könnten jetzt eigentlich... Das wäre dann die Tür gewesen, was ich unbedingt durchwollte. Das sind wir jetzt auch. Machen wir die auf jeden Fall auf. Wegen einem Rückweg eventuell. Okay, das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut. Ja, ich würde vorschlagen, wir machen hier Part Ende. 20 Minuten ist genug. Und ich hoffe, ihr seid im nächsten Part wieder dabei. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss, Baba. Euer Herzfehler.